Hallo Leute, euer Xaxa wieder hier. Heute spielen wir mal ein kleines, wie soll ich sagen, ein kleines Browser-Game. Und zwar spielen wir hier Curve, Fever, Fever, Curve, Fever. Und zwar geht das Spiel wie folgt. Es ist einfach 2, 1. Oh, wir haben es geschafft, Leute. Wir haben den ersten gekillt. Achso, ich bin die blau-lilane Spur und wir haben verkackt. Scheiße. So, der Erste hat die erste Runde gewonnen, Leute. Damit geht es in die zweite Runde hier. Seht ihr mich? Ich bin hier. Wir haben es geschafft, weil wir noch nicht im Spielstart selbst waren. Oh, wir haben einen. Cool, wir haben einen getötet, Leute. Wir sind jetzt alleine nur mit dem Gelben dran. Wir haben es tatsächlich geschafft, da rauszukommen. Okay, dieses Spiel ist natürlich unten verlinkt in der Description, Leute, wenn ihr es auch mal spielen wollt. Ich dachte mir einfach mal, das ist mal was anderes. Einfach eine kleine Runde, so ein lächerlich schönes... Wir haben gerade eine Runde, glaube ich, gewonnen. Cool. Wir haben tatsächlich eine Runde gewonnen, Leute. Wir sind mit 9 Punkten. Wir sind tot. Wir sind tatsächlich tot. Jetzt müssen wir warten, bis die Runde gewonnen ist. So, die Runde ist vorbei, Leute. Wir müssen aufpassen, es gibt hier so ein paar Specials, die man einsammeln kann. Na, verdammt, der hat uns wiedergekriegt, Leute. Es tut mir leid, ich bin wohl sehr schlecht in dem Spiel. Was macht er denn da oben? Er geht voll ab, er macht Party. Er macht die übelste Party. Es sind noch zwei am Leben, Leute. Und jetzt nicht mehr. Schade, schade, schade. Damit gehen wir in die nächste Runde. Wir gehen mal ganz an den Außenrand. Wir haben tatsächlich so einen Special-Bonus jetzt aktivieren können. Komm, schaffst du das? Er hat es geschafft. Wir haben die Runde wieder gewonnen, Leute. Cool, klasse. Damit geht es in die nächste Runde. Und wir sind im Spiel. Okay, wir müssen hier genau aufpassen. Einfach nur auf unseren Punkt achten. Am besten, dass wir gut durchkommen. Boah, das ist jetzt so... Boah, das haben wir noch geschafft. Ganz knapp dadurch, Leute. Oh, oh, oh. Ach, verdammt. Der kam da rausgeschossen aus dem Nichts. Und wir haben uns dann in ihn reingehauen. Ärgerlich. Oh, wir haben ihn. Dadurch machen wir derzeit keinen Ping mehr. Sind langsamer. Haben noch was eingesetzt. Aber wir werden größer. Wir sind größer. Ah, nein. Genau das hatte ich auch vor. Nein. Das wollte ich auch machen. Verdammte Scheiße. Damit geht es, glaube ich, in die nächste Runde. Aber unsere Farbe ist immer noch gut auf, Leute. Wir sind hier mit 21 Punkten. Und ich weiß gar nicht, was besser ist. Höher oder niedriger. Ich bin mir nicht so sicher. Wir haben wieder was eingesammelt. Ich habe keine Ahnung, was es uns bringt. Oh, nein. Das kam unverhofft. So ein kleiner Speedtest hier. Und damit hat Ehre gewonnen. Wir sind aber immer noch auf Platz 3. Und können uns damit immer noch behaupten. Boom. Wir müssen wieder außen an den Rand, Leute. Gehen wir mal da lang. Ich ziehe das jetzt einfach hier so. Oh, 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 oh. Ne. Das war hinterhältig. Das war so schnell. Da konnte ich nichts mehr. Er hat sich aber selbst da in die Falle gekloppt hier unten, Leute. Ich hau mal die Maus erstmal aus dem Bildschirm raus. Das ist total unnötig, hier die Maus immer zu sehen, die man gar nicht beraucht. Mir juckt der Hals, Leute. Mir juckt der glücklich. Scheiße. Oh, nein. Das habe ich nicht gekriegt. Er hat das Turtle bekommen. Ach, Turtle ist langsam. Okay. Wir müssen aus dem Speedding achten, dass wir kein... Oh. Komm mal da durch. Da auch. Oh, nein. Schon wieder, Leute. Wir sind aber immer noch auf Platz... Nein, wir sind auf Platz 2. Mit 28 Punkten. Ich glaube, je nachdem, wie lange die Runde geht, desto mehr Punkte kriegen wir zu. Platz 3 haben wir immer noch eine First to Reach 35. Wir müssen als erstes die 35 erreichen. Vielleicht eine Runde könnte uns, glaube ich, noch nicht den Sieg bringen. Gelb ist halt gut drauf gerade, dass er sich in der nächsten Runde den Sieg erkosten könnte. Wir haben grün ausgeschaltet. Wir können uns hier das Schildkröten-Ding holen. Und... Nein! Nein, nein, nein. Scheiße. Till Brick. Ich glaube, das Spiel ist immer noch nicht vorbei. Okay. Es geht wohl nochmal an die Wurst, weil wir so oben sind. Ist das jetzt gut für mich oder schlecht, dass ich das eingesammelt habe? Das ist wohl... Er hat sich jetzt da in der Mitte was zurecht gebaut. Es war mein Ende, Leute. Ich habe mich selber rausgehauen. Wir sind immer noch zu zweit drin, oder? Matchmaking. Matchmaking will restart in 30 seconds. Also es ist vorbei. Der orangene Spieler hat gewonnen, Leute. Das war es dann mit einer Runde. So ein kleines Beispielspiel, weil ich es einfach mal im Internet gefunden habe. Curve Fever. Ja, Leute, wenn ihr das Spiel spielen wollt, der Link ist in der Description. Ich werde ihn natürlich definitiv verlinken. Richtig geiles Spiel. Nevermind. Wir wollen nicht nochmal spielen, leider. Es ist ein richtig geiles Spiel, Leute. So für den Zeitvertreib zwischendurch. Also guckt mal rein einfach. Wirklich, wenn ihr nichts zu tun habt oder sonst was. Wie zum Beispiel, ich warte gerade darauf, dass ein Video am Rendern ist. Da habe ich mir so gedacht, klopste einfach mal so ein scheiß Brother-Game rein. Es ist richtig geil, Leute. Wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen hoch. Daumen nach oben da ein Abo. Und das heißt dann, bis zum nächsten Mal. Euer Xaxa. Tschüss.